Die Sitzung wird eröffnet mit dem Aufruf der Sache Leute Brandt. Per Staatsanwalt dürfen wir dann um die Anklage bitten. Der Angeschuldigten wird folgendes zur Last gelegt. Die als Gebäudereinigerin Tätige Angeschuldigte suchte am Tatab die Wohnung der alleinstehenden 91-jährigen Frau Erna Dressler in der Nahiriya-Straße auf, um nach Tötung der Wohnungsinhaberin deren Vermögenswerte an sich zu nehmen. Gegen 16 Uhr tötete sie die im Wohnzimmer auf einer Couch liegenden alten Frau, in dem sie dem Opfer entweder so lange eine weiche Bedeckung auf den Kopf und auf den Hals hielt, bis Frau Dressler erstickte, oder so lange mit der flachen Hand bzw. mit dem armen Druck auf den Hals ausübte, bis das Opfer tot war. So dann nahm sie aus einer Schublade eines Schrankes im Wohnzimmer Bargeld in Höhe von 40.000 D-Mark, 23 Goldbarren und 53 Goldmünzen im Wert von ca. 12.000 D-Mark sowie zwei Uhren an sich und verließ hiermit die Wohnung. Die Anklage wirft meiner Mandantin das schlimmste Verbrechen vor, das im Strafgesetzbuch steht, einen vollendeten Mord. Ich weiß nicht, ob Sie sich eigentlich darüber im Klaren sind, was der Herr Vorsitzende am Eingang dieser Vernehmung zu Ihnen gesagt hat, was das Ableisten von falschen Aussagen angeht. Ich würde Ihnen das gerne nochmal sagen. Für eine uneidliche falsche Aussage droht Ihnen eine Mindeststrafe von drei Monaten. Wenn Sie hier vereidigt werden, und das verhalte ich mir vor, dann droht Ihnen eine Freizeitstrafe von einem Jahr. Die zweite, im Grunde zentrale Frage für die Jury ist die Frage nach der Todesursache. Ich war mal zwischenzeitlich ein bisschen abgelenkt gewesen, aber ich würde sagen, sie ist schuldig. Da sprechen so viele Dinge dafür, dass die Frau schuldig ist, als gegensprechend. Ich denke, dass sie nicht schuldig ist, auch aufgrund der fehlenden Beweislast. Nicht, weil ich persönlich der Meinung bin, dass es nicht getan hat, sondern weil ich denke, man kann es ja einfach nicht ausreichend beweisen. Also ich selbst würde auch sie nicht schuldig oder freisprechen sozusagen. Eben auch aus den Gründen, dass man einfach wirklich keine wirklichen Beweise hat. Eben auch aus den Gründen. Für ein Wasser. B Weiß